und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klembersteinbaus ihr habt gewählt zahlreiche stimmen wurden abgegeben und es war auf jeden fall meiner meinung nach eine interessante auswahl von eben drei classic sets von kurbi und einem maserati set von kurbi und ihr habt euch für dieses classic set entschieden und zwar von deren kurbi pirates the pirate bay 250 steine 3 minifiguren und ein kleines äffchen ist im set enthalten das set kommt aus dem jahre 2017 also viele sachen die kurbi heute ausmachen waren damals noch gar nicht thema klar auch damals wurde es schon in der europa hergestellt aber diese pet printed sachen waren damals nicht normal bei kurbi deshalb gehe ich auch davon aus dass hier eventuell sticker drin vorkommen werden ich bin da sehr gespannt drauf auch auf die piraten minifiguren von kurbi bin ich auf jeden fall sehr gespannt und auf die steine qualität von kurbi aus 2017 mal schauen wie die steine jetzt nach doch schon sieben jahren gealtert sind die gestaltung auf der vorderseite gefällt mir auf jeden fall schon mal sehr sehr gut es ist zwar ein sehr oft verwendetes thema bei piraten aber wir haben diese schöne alte schatz karte mit flecken drauf das gefällt mir einfach auch das zeichen für die pirates finde ich schön gestaltet auch eher eine klassische symbolik auch manchmal ist klassisch eben auch etwas sehr sehr gutes auf der linken seite der verpackung sehen wir die maße und zwar wird das seit am ende 27 cm breit und 13,5 cm hoch noch eine schatz kiste mit der figur abgebildet das gefällt mir sehr sehr gut und auch die setnummer finden wir hier und zwar die 6014 wenn wir uns dann die andere seite anschauen haben wir eine kleine spielfunktion abgebildet und eben die weiteren daten dass es in der eu hergestellt wurde auch wie besprochen pad printed muss man hier lang suchen den guten scan me for more informations qr code gab es auch schon damals und auf der rückseite sehen wir weitere spielfunktionen abgebildet und das set einfach nochmal aus einem leicht anderen winkel ich würde aber sagen wir machen das ganze jetzt auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an die typische auch heute bekannte zugeklebte kurvi verpackung haben wir leider auch hier so dass wirklich zerstörungsfreies öffnen leider nicht möglich ist gefüllt war die verpackung dann zu etwas mehr als drei viertel wir haben kurvi tüten die sehr an die heutigen tüten erinnern da hat sich nicht viel geändert über die steine qualität reden wir aber natürlich dann wie immer während des baus wenn wir auch wirklich etwas dazu sagen können uneingepackt haben wir dann noch diese zwei trans blue grundplatten dabei und eine beige plate der kobi schriftzug auf den noppen ist bis heute gleich geblieben und dann haben wir natürlich noch die anleitung dabei die ist aus einem sehr festen ordentlichen papier sie ist klammer gebunden die druckqualität gefällt mir auf jeden fall auch und wie bei heutigen kobi anleitungen wird ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt die gestaltung der anleitung gefällt mir auch weil wir hier genau diese schatzkarte irgendwie nochmal als umrandung haben und bei der nummerierung der bauschritte haben wir einen kleinen piratenhut auch das finde ich einfach mit viel liebe zum detail gestaltet insgesamt haben wir dann 40 bauschritte bis das ganze fertig gebaut ist was mir hier noch fehlt was in neueren kobe sets eigentlich immer dabei ist ist die teile liste denn es geht sofort mit dem bau los und endet auch mit dem bau dann wir einmal die schwarze piraten fregatte und jacks pirate ship finde ich auf jeden fall interessant ich freue mich auf jeden fall schon sehr auf den bau und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann nach den ersten wichtigen bauschritten wieder nach bau schritt nummer 17 sehen wir uns das erste mal wieder und wir haben jetzt einfach schon den strandabschnitt gebaut und bauen so langsam die felsen nacheinander auf was leider sofort auffällt ist die miserable steine qualität von kobe schaut euch mal zum beispiel solche kaputten steine hier an ist natürlich nur ein kleiner spaß die steine sollen so sein ihr könnt aber gerne mal in die kommentare schreiben wer gerade schon runter gescrollt hat um mir zu erzählen ob ich nicht eigentlich dumm bin egal auf jeden fall haben wir in dem set mehrere von diesen beschädigten steilen wie sie auch in der aktuellen kirche wieder vorkommen und die finde ich ja richtig richtig cool weil die selbst bei weniger nutzung schon so einem felsen noch mal mehr leben verpassen als wenn man diese steine eben nicht verwendet hätte und ich finde gerade bei den slopes haben wir dort wirklich ein sehr cooles design und auch die bricks können sich auf jeden fall sehen lassen dann haben wir dasselbe noch mal bei einem brick der um die ecke geht und auch hier unten haben wir schon so ein slope verbaut wie gesagt finde ich sind sehr sehr coole steine und verpassen so einem set einfach noch mal mehr lebendigkeit als dieses eher ich würde es fast sagen minecraft eske design von normalen klemmbaustein also sehr cool dass das dabei ist auch die qualität von den blauen trans clear platten gefallen mir sehr generell lassen sich die steine sehr angenehm verbauen sie sind nicht ganz so hart wie ich es von den alten kurbis jetzt eigentlich gewöhnt bin das kann natürlich auch mit den sieben jahren an alter zusammenhängen wenn es so ist sind sie aber durch die jahre einfach nur angenehmer zu verbauen als ich sie noch in erinnerung hatte vom aussehen gefallen mir die steine auf jeden fall sehr gut das grau ist größtenteils farbstabil winzig kleine abweichungen könnte man beim näheren hinsehen entdecken aber wie gesagt winzig und das fällt auf den ersten blick gar nicht auf das einzige was bei den steinen aber genauso wie bei den heutigen steinen etwas nervt sind die offiziellen angusspunkte ich finde hier sind sie aber noch im rahmen und man kann sie ganz gut verstecken indem man die steine dreht die anleitung ist bisher wie wir das von kobe kennen absolut unmissverständlich und ich hatte bisher mit dem tempo der anleitung auf jeden fall auch viel spaß es ist überhaupt nicht schwer da braucht ihr euch keine sorgen machen aber wir sind auch nicht auf dem niveau wo wir nur ein teil pro seite verbauen denn das finde ich dann einfach langweilig hier ist dort ein angenehmes mittelmaß aber immer noch ganz leicht es ist ja schließlich auch ein spielset ich habe bisher wirklich sehr viel freude damit baue das ganze jetzt noch zu ende und wir sehen uns dann gleich mit der fertigen pirate bay wieder fertig ist damit unsere piratenbucht obwohl so ganz stimmt das ja noch nicht denn sie ist noch gänzlich unbevölkert und das ändern wir natürlich gleich aber vorher schauen wir uns die figuren noch mal in der nahaufnahme an denn wir haben dort einmal captain suffnase in der mitte stehen und die zwei brüder die sich so zu stritten haben dass der eine ihn gefangen nimmt und der andere logischerweise dann sein gefangener ist das muss ein wirklich schlimmer familienstreit gewesen sein auf jeden fall könnte man das anhand von den gesichtern vermuten mit dabei haben wir dann noch diesen kleinen affe erst unbeweglich der körper und der kopf sind getrennt deshalb den kopf könnte man drehen aber das funktioniert auch nicht so wirklich gut also dieser affe ist wirklich nur deko die figuren sind wie wir das von kobe figuren kennen alle bespielbar wir haben natürlich bewegliche arme bewegliche beine und wir können den oberkörper und kopf drehen die figuren sehen ordentlich aus meiner meinung nach wenn man die kobe figuren generell mag wenn man sie generell nicht mag werden die einem nicht gefallen denn sie haben sich einfach nicht groß verändert das einzige was mir auffällt ist dass die drucke hier noch nicht wirklich deckend sind das gefällt mir bei heutigen kobe figuren auf jeden fall besser aber grundsätzlich gab es bei den kobe figuren keine große überraschung und damit haben wir doch auch schon captain suffnase die zwei zerstrittenen brüder und den guten affe in dem kleinen diorama hier verewigt obwohl diorama ist ja eher etwas was man wirklich nur optisch gebrauchen kann aber dieses set hat keine großen gebauten funktionen aber trotzdem ist es ein wirklich schönes spielset meiner meinung nach wir haben natürlich die drei figuren mit denen man auf jeden fall schon spielen kann man hat die gefangenen szene die man spielen kann man kann auch hier bei dem kleinen und sehr engen verließ die türen öffnen die sind sehr einfach gebaut hier mit den kleinen knochen und den ziehklemmarmen aber das funktioniert auf jeden fall gut dann kann natürlich captain suffnase mit seinem kleinen bötchen einen ausflug machen und vielleicht das fass klauen oder was man sich dort auch immer vorstellen mag wir haben vielleicht um captain suffnase aufzuhalten auch hier noch ein großes schweres geschütz das könnte man natürlich auch noch ungewollt von dem affen auslösen lassen und so weiter und so fort ich muss euch glaube ich nicht erklären dass man selbst mit diesem kleinen set hier auf jeden fall einige spielmöglichkeiten hat und auch mit diesem kleinen set konnte ich einen sehr sehr guten einblick denke ich in diese reihe generell gewinnen denn meiner meinung nach ist es wirklich sehr sehr schade dass es von kobe so etwas vergleichbares nicht mehr gibt die piratenreihe heute noch mal neu aufgelegt da hätte ich richtig richtig lust drauf denn wenn schon die kleinen sets relativ viel freude bringen wie ist das dann erst bei den großen sets gewesen wir haben hier auch keine sticker dabei die flagge ist bedruckt die figuren sind natürlich auch alle bedruckt also hier stand pad printed noch nicht auf der packung aber letztlich war es schon umgesetzt und die steinequalität ist genauso wie im zwischenbauschritt besprochen also wirklich sehr gut auch die konstruktionsqualität gefällt mir das ist alles hier wirklich stabil gebaut und bespielbar hier fällt so schnell nichts ab man muss aber ganz klar sagen das set hat von vorn seine schokoladenseite obwohl wir hinten auch noch eine kleine spielfunktion finden mit diesem versteck wo man vielleicht dann die flucht von dem armen gefangenen bruder spielen kann auch eine schatzkiste haben wir wie es in jedes gute piraten set gehört obwohl sie sollten vielleicht noch mal auf raub zu gehen denn diese kleinen drei münzen sind nicht die riesenbeute cringe die gefallen mir als teil aber wirklich sehr gut die sind wirklich gold und nicht gelb man hätte da aber gerne mehr reinpacken können auch die kanone gefällt mir sehr sehr gut die besteht aus drei teilen zusammengebaut zweimal diese formteilschalen und dann die aufnahme und ich finde auch die flacke kann sich durchaus sehen lassen optisches highlight dieser konstruktion ist wohl diese treppe die sich durch den felsen nach oben schlängelt und ich finde an diesem set sieht man wirklich perfekt wie man mit ganz ganz einfachen mitteln wenig steinen aber einfach einer guten qualität eine schöne kleine spielwelt erschaffen kann mit der man einfach seine freude haben kann ohne viel schnickschnack und deshalb ist dieses set auch wenn es eher ein classic von kurvi ist meiner meinung nach auf jeden fall eine kaufempfehlung als spielset und selbst wenn man es sich hinstellen möchte finde ich es optisch auch gelungen da stechen natürlich die kaputten steine auf jeden fall heraus und es ist einfach ein schönes verspieltes set auf kleinem raum das einzige was mich noch ein wenig gestört hat aber wirklich mini mini malst die ketten muss man sich selber zusammenbauen wir haben dort kettenglieder diese kleinen kettenglieder zusammen zu fummeln ich zeige sie euch auch mal in der kamera das sind diese kettenglieder macht nicht allzu viel spaß und auch bei diesen kettengliedern ist leider die entgratung nicht gut gelungen so dass das beim zusammenfriemeln schon etwas pieksen kann das tut nicht groß weh ist aber leicht angenehm und ich finde da schon vormontierte ketten auf jeden fall schöner und wenn ich schon auf hohem niveau meckern bin cool wären natürlich silberne ketten gewesen aber das sollte man glaube ich dann irgendwann auch die kirche im dorf lassen wie gesagt für mich eine kaufempfehlung ein wirklich schönes spielset mit dem ich viel freude hatte und ich hoffe auch wenn ich es nicht glaube dass kobe noch einmal so etwas oder so eine ähnliche reihe auf den markt bringt denn das hier ist riesiges potenzial was momentan von keinem hersteller so wirklich gut bedient wird meiner meinung nach und das sollte nicht länger liegen gelassen werden wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch der review gefallen hat dann lasst mir immer gerne einen daumen nach oben und ein abo da ich hoffe wir sehen uns dann nächste woche dienstag zu einer haul wieder worum es dort geht möchte ich noch nicht verraten aber so viel ihr werdet dienstag auch wieder ein set auswählen können und nachdem wir uns dann dieses set angeschaut haben geht es wieder in die kobe classic sachen und auch dort werdet ihr wählen können ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag haut rein euer weddi brick